Hallo Freunde neuer Kindermusik. Schön, dass ihr da seid. Ich hab ein funkfrisches Lied für euch. Und das geht so. Es reicht ein Krümel glauben, winzig wie ein Samenkorn. So lassen sich Berge versetzen, mächtig wie das Matterhorn. Es reicht ein Krümel glauben. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. So wird uns nichts unmöglich sein. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt, dem der Jesus glaubt. Es reicht ein Krümel glauben, winzig wie ein Samenkorn. So lassen sich Berge versetzen, mächtig wie das Matterhorn. Es reicht ein Krümel glauben. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. So wird uns nichts unmöglich sein. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt, dem der Jesus glaubt. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Lied zu singen. Zum Beispiel könnt ihr in zwei Gruppen einteilen. Einmal eine Gruppe mit Mädchen, eine Gruppe mit Jungs. Und dann singen die Jungs, nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Und die Mädchen antworten, alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt. Und die Jungs wieder, dem der Jesus glaubt. Das kommt dann bei der Wiederholung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mal gucken, wie das so klappt und was ihr damit erlebt. Den Text, den findet ihr auch bei Facebook unter meiner Seite Daniel Kallauch. Und da könnt ihr euch den mit Gitarrengriffen direkt runterladen. Also, macht's gut. Tschüss.